und damit ein hell oder herzlich willkommen zur vierten folge von life of a hunter mit oliver nachdem unser protagonist 2 nicht sonderlich erfolgreiche mission überstanden hat machte sich wieder auf ins still wurde gerade angekommen bei den locken dogs hörte auch schon bereits die ersten anderen hunter hmmm that's bad ich habe keinen dritten Woh! My fucking god. Aim punch, 9000. Oh mein Gott, dass sie keinen dritten hatten, ist so lucky. Ja, und ich hab ein Media Damage, wuh! Wäre ich jetzt halt tatsächlich den Banish eigentlich? Das geht's halt ab bei Alice. Ich weiß nicht, ob bei Scrappy jemand ist. Das wäre echt schön, wenn nicht. Bitte lass niemanden hier sein. Fuck, der Banish ist fertig. Oh fuck, das ist nicht gut. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür hab. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Nö. Nein. Nein. Warte, ob ihr der Rab seid. Ah. Shit. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwo... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Sie werden so herkommen. Oh fuck. Uh. Bauen die wechseln? Oh Gott. Jetzt ist die Frage, was machen die? Machen die weiter? Machen die weiter? Ja, da seh ich halt... Nix. Äh, wo sind die Ausgänge da? Ich geh grad davon aus, dass das letzte Team ist, aber das könnte ein großer Fehler sein. Ich hab auch grad nur ein Duo gekillt. Es gab nen Wechsel, das heißt ja mindestens zwei gekillt. Das heißt, ich weiß sicher von vier toten Leuten. Oh fuck, ich glaub die gehen. Ich glaub... ich... ich... ich glaub die gehen. Ich weiß egal, ich komm nehm. Ich weiß egal, ich komm nehm. Ich bin mir unsicher, was genau die machen. Ich bin mir unsicher, was genau die machen. Ich bin mir ein Sicherstellung. Eher... rechts. Hm. Hmm... Er hat mich abgeschossen. Oh, wie dumm. Oh, wie dumm. Danke. Oh, wie dumm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020